Hey ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um die Mermaid and Me Produkte. Die habe ich nämlich jetzt für euch getestet. Ich liebe es ja, einfach neue Produkte auszuprobieren und falls euch das Video gefallen sollte, vergesst mir bitte nicht ein Däubchen nach oben zu geben. Abonniert auch sehr, sehr gerne diesen Kanal. Schaut gerne bei Videos vorbei, die euch vielleicht interessieren, die ich schon hochgeladen habe. Fangen wir jetzt auch mal direkt an mit dem Video. Also ich habe wie gesagt Produkte von Mermaid and Me getestet, also ein paar davon. Um genau zu sein, die Avocado-Linie und ich hatte dann hier auch noch so ein Refresh Me Sculpe Cleanser. Sowas habe ich übrigens noch nie vorher ausprobiert. Da war ich auch super gespannt drauf, kam ich gleich noch zu. Es gibt auf jeden Fall insgesamt sechs verschiedene Linien bei Mermaid and Me. Es gibt einmal die Power Papaya-Linie, die hilft gegen Haarausfall und gibt so Volumen, ohne zu beschweren. Dann gibt es noch die Clear Zetrus-Linie, die hilft gegen fettige Kopfhaut. Dann gibt es noch die Pure Algae-Linie, die beugt Schuppen vor und reinigt. Das ist nochmal wie so ein Detox, steht hier drauf. Da ist ja auch dieses Produkt von. Dann gibt es noch die Wild Hibiscus-Linie, die schützt die Haarfarbe und verleiht dem Haar einen natürlichen Glanz. Dann gibt es noch die Raw Coconut und eben die Avocado in Love-Linie. Die sind halt beide für geschädigtes und trockenes, sprödes Haar, weil ich meine Haare halt auch gerne wieder lang haben möchte. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eher fettige Haare habt oder schnell fettende Haare, dann solltet ihr vielleicht nicht direkt die Avocado-Linie nehmen, weil die halt wirklich schon sehr viel Pflege enthält und dann könnten eure Haare eher fettig wirken und schwer wirken. Ihr könntet auch zum Beispiel ein bisschen switchen. Also ich habe auch manchmal ein Shampoo, was dann halt für Volumen ist und dann halt einen Conditioner, der super pflegend ist. Ich komme da auch nochmal dazu, wie ich die Produkte genau anwende und auch nochmal so zu ein paar Tipps, die ihr immer beachten solltet bei der Haarwäsche generell und ja natürlich auch generell immer gucken, was habe ich für Haare. Sind die sehr trocken, brauchen die viel Pflege, dann eher ein Shampoo nehmen, was halt eben für viel Pflege steht oder auch noch eine Maske und einen Conditioner und so weiter verwenden. Ich war auf jeden Fall sehr gespannt, als ich die das erstmal ausprobiert habe und natürlich immer bedenken, eure Haare müssen sich erst ein neues Shampoo an neue Pflegeprodukte gewöhnen. Das ist ja genauso wie bei der Gesichtspflege. Deswegen habe ich das jetzt auch sehr, sehr lang schon ausprobiert, aber generell bin ich halt immer so jemand, der verschiedene Sachen testen will und dann halt auch verschiedene Sachen ausprobiert und ich finde es irgendwie langweilig, wenn man immer nur ein und dieselben Produkte verwendet. Könnt man gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so seid. Wenn man irgendwo dann was gesehen hat, dann will man das halt auch unbedingt mal testen. Ich möchte meine Haare auf jeden Fall wieder so lang haben wie früher. Die waren mal bis hier unten. Ich bin auf dem besten Weg dahin. Ich will die halt auch vor allem auch jetzt noch wachsen lassen. Die sind ja wieder fast meine normalen Haarfarbe. Also ich hatte die letztes Jahr, Mitte letztes Jahr, dann halt dunkler gefärbt. Vorher habe ich halt immer richtig viele Strädchen drin gehabt, so Balayage blond. Das hätte ich auch voll gerne wieder im Sommer. Bis dahin müssen die noch ein bisschen wachsen, weil bei mir ist das irgendwie so, wenn die hell gefärbt sind, dann wachsen die gefühlt irgendwie immer nur so Millimeter und keine vier Zentimeter im Monat, wie es bei manchen so ist. Das würde ich mir dann voll gerne wünschen. Aber ja, gute Pflege ist da ja schon mal wichtig. Dann komme ich jetzt auch am besten mal direkt zu meiner Haarroutine. Also wenn ich jetzt Haarwaschtag habe, dann lasse ich immer als erstes eine Maske einwirken. Also die massiere ich ins trockene Haare ein und lasse die einwirken. Danach spüle ich immer zweimal mit Shampoo meine Haare. Also ich habe dann jetzt hier bei den Produkten halt erst das Avocado in Love Shampoo genommen, habe einfach meine Haare dann mit einschamponiert, ganz normal. Und dann habe ich, dazu kann ich jetzt aber nicht so hundert Prozent sagen, ob ich da einen mega Unterschied dann gemerkt habe oder nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig cool und werde es weiterhin mal noch austesten. Dann habe ich den Refresh Me Sculpt Cleanser genommen. Das habe ich mir dann einfach auf die Haare gegeben, auch aufgeschäumt, ausgespielt und dann noch ein zweites Mal schamponiert. Friseurischamponieren ja auch eigentlich immer zweimal nach. Und dann bin ich mir halt sicherer, dass ich auch alles ausgespült habe und meine Haare danach so schön fluffig sind. Weil sonst hat man das ja, dass irgendwie vielleicht noch Rückstände von Pflegeprodukten, Maske, Trockenshampoo oder ähnlichem im Haar sind. Habe ich halt nicht, wenn ich zweimal schamponiere, deswegen beuge ich das einfach direkt vor. Hier steht, dass man das vor oder nach dem Shampoo anwenden kann. Fand ich halt mega interessant, weil ich habe noch nie so ein Produkt, was jetzt extra für die Kopfhaut ist, benutzt. Es gibt ja auch bei Mermaid & Me die Masken, die man halt auf die Kopfhaut einmassiert. Normalerweise kennt man das ja eher, dass man die in die Längen und Spitzen einmassiert. Die habe ich jetzt nicht getestet, aber ist auf jeden Fall auch mega interessant und ich dachte, das wäre halt auch mal cool, so einfach zum ausprobieren. Und dann kommen wir jetzt zur Haarmaske im nassen Haar. Und ich habe das früher immer falsch gemacht. Also ich habe früher immer Shampoo, Conditioner, Haarmaske. Aber ein Shampoo raut ihr eure Haarstruktur auf. Das heißt, sie ist dann eigentlich viel aufnahmefähiger. Und deswegen habe ich dann hier die Avocado-Maske verwendet. Also nach dem Shampoo, wenn eure Haarstruktur aufgeraut ist, habe die in meine Haare einmassiert. Und Leute, das riecht so gut nach Avocado. Ich nehme da halt einfach immer, ja, ich schaue immer, also ich nehme immer erst eine kleinere Menge, verteile das und gucke, brauche ich noch was? Haben meine Haare das quasi schon aufgesogen oder reicht das, was ich vorher an Menge da hatte? Aber ich spare da auf jeden Fall nie mit und gebe mir das dann halt komplett in meine Längen und am Ende auch nochmal so schön auf die Spitzen und dann drehe ich das immer zu so einem Dutt zusammen und dann rasiere ich mich, wasche meinen Körper halt einfach und spüle es danach aus. Also hier steht auch drauf, dass die so fünf Minuten auf jeden Fall einwirken sollte und ein bis zweimal pro Woche, was bei mir halt voll gut passt, weil ich meine Haare auch nicht öfters als ein bis zweimal die Woche wasche. Da komme ich gleich nochmal zu. Genau, also nach dem Shampoo dann die Haarmaske, solltet ihr so generell so machen und ihr solltet generell auch immer weitermachen mit einem Conditioner. Also immer Shampoo und Conditioner verwenden, weil der Conditioner eure Haare, eure Haarstruktur wieder so umschließt und damit eure Haare schützt. Wenn ihr jetzt nur Shampoo benutzt, ist eure Haarstruktur aufgeraut und dann ist das Haar anfälliger abzubrechen oder halt eben, dass sich Spliss bildet. Und den fand ich auch richtig, richtig toll. Also den macht die Haare super, super weich. Denkt einfach nur dran, wenn ihr wirklich Haar habt, was schnell dazu neigt, fettig zu werden, nehmt lieber zum Beispiel die Citrus-Reihe, die eher für fettiges Haar ist, die dann eher diesen klärenden Effekt hat. Und wenn ich dann meine Haare gewaschen habe, dann lasse ich die immer erst so leicht in einem Handtuch antrocknen, weil ich einfach nicht zu lange föhnen will. Und lufttrocknen kann ich auch nicht. Und ich habe auch mal einen Schleser gefragt und der meinte, lufttrocknen ist gar nicht so gut, wie immer gesagt wird, weil die Haare halt im nassen Zustand am anfälligsten sind. Und wenn ihr dann zum Beispiel auch schlafen geht und eure Haare nicht mal zusammen macht in so einem Zopf oder so, also so einem geflochtenen Zopf leicht, dann ist das richtig schlecht, weil die dann abbrechen einfach, ne. Und dann habe ich jetzt hier auch noch ein paar Produkte für danach, also nach dem Haare waschen. Da habe ich einmal den Ocean Silk Leaf Inconditioner. Ich liebe ja Leaf Inconditioner, weil das die Haare, also denen irgendwie nochmal so einen richtig schönen Duft gibt und einfach geschmeidig macht, ne. Und dann stehen die auch nach dem Föhn nicht so ab. Glänzen halt auch einfach super schön. Den fand ich wirklich sehr, sehr gut. Hierbei auch immer drauf achten, ich sprühe mir solche Pflegesachen nach der Haarwäsche immer nur in die Längen und nicht oben auf den Ansatz, weil ich ja will, dass der schön fluffig und voluminös ist und nicht irgendwie erschwert wird und dann halt irgendwie nicht wie frisch gewaschen aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen kam ich zum Beispiel mit diesem Produkt, das ist das Call Me Sculpt Concentrate. Damit kam ich leider nicht so gut klar. Das soll man nach der Haarpflege auf die Kopfhaut tun. Also da fand ich das, was man halt auswaschen kann, besser jetzt für meine Haare. Ich habe hier übrigens auch noch so eine coole Bürste mit ausgesucht gehabt von mir mit in mir. Die mochte ich auch. Das ist ein bisschen wie so dieser Tangle Teaser. Und damit kann man halt richtig gut so durch die Haare gehen und irgendwie glänzen die dann auch nochmal gefühlt. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das an der Bürste liegt. Und noch ein Produkt. Das ist so ein, fand ich mal richtig cool. Ich habe halt auch ein Haaröl. Ich wechsle das jetzt immer so ein bisschen ab. Aber das ist mal kein Öl, sondern so ein Elixier. Das riecht erstens richtig, richtig gut nach Avocado. Und das kann man sich halt ins trockene oder ins nasse Haar einmassieren. Also ich mache das zwischendurch in meinem trockenen Haar. Und bevor ich meine Haare halt föhne, kann ich das mal zeigen. Also das ist mit so einer Pipette. Und dann nehme ich einfach eine kleine Menge. Könnt ihr auch mal gucken, wie viel ihr halt gerade braucht. Das verreibe ich dann so ein bisschen in meinen Händen und gebe das dann halt einfach in meine Haare und massiere das vorsichtig ein. Und die glänzen dann einfach richtig, richtig gut dadurch. Und übrigens, wenn eure Haare nass sind, bürstet die nicht einfach durch. Also mit einer Holzbürste ist das eh schon mal besser bei nassem Haar. Und ansonsten einfach, wenn die Haare schon fast trocken sind, durchbürsten. Und immer schön von unten anfangen und dann so langsam nach oben arbeiten. Ihr könnt die auch so ein bisschen festhalten und dann erstmal langsam durch die Spitzen und nicht von oben so runterziehen. Ja, ich glaube, das waren jetzt alle Produkte, die ich getestet habe. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und alle Produkte sind übrigens vegan, tierversuchsfrei, ohne Silikone, Parabene und Sulfate. Wenn ihr neue Haarprodukte habt, muss man die erstmal einen längeren Zeitraum testen, um zu gucken, ob die was für einen sind oder nicht. Und wenn ihr immer Shampoo mit Silikon habt, es ist übrigens auch nicht schlimmer, zwischendurch ein Shampoo mit Silikon zu verwenden, dann ein anderes benutzt, was keine Silikone hat. Dann sind eure Haare erstmal, also kann das sein, dass sich eure Haare erstmal richtig komisch anfühlen. Das hatte ich zum Beispiel damals, als ich zum ersten Mal ein Shampoo ohne Silikone benutzt habe, dann dachte ich so, hey, warum fühlen die sich denn so strohig an? Aber eure Haare müssen sich daran gewöhnen, ne? Und jetzt wollte ich mal noch auf das Thema Haarwäsche ein- bis zweimal die Woche bei mir eingehen. Das habe ich auch auf Instagram in meiner Story schon angesprochen, wie ich das denn so mache, weil ich ja auch circa fünfmal die Woche Sport mache und dann schwitzt man ja auch. Und wie ich das dann halt schaffe, die nur ein- bis zweimal zu waschen, dass die halt trotzdem so frisch aussehen. Ich wasche halt generell erstmal ein- bis zweimal die Woche nur, weil ich die halt versuchen möchte zu schonen. Deswegen, ja, habe ich es irgendwann geschafft, ne? Leute, mit ganz viel Geduld. Ich dachte am Anfang immer, wie können Leute nur einmal in der Woche sich die Haare waschen? Meine sahen einfach, wenn ich die einen Tag nicht gewaschen habe, so schlimm aus. Und dann habe ich es aber wirklich, das hat lange gedauert, aber ich habe es wirklich so langsam gemacht, ne? Immer mal einen Tag länger die Haare nicht gewaschen. Und wenn man das dann so durchzieht und dran bleibt, dann schafft man das hinterher. Und ich mache es halt meistens, dass ich einmal die Woche meine Haare wirklich so komplett wasche. Also manchmal ist es halt auch zweimal, in nachdem, wenn man jetzt viel mehr joggt. Oder wenn es jetzt Sommer wird, dann schwitzt man ja auch mehr, dann wird es wahrscheinlich auch zweimal komplett waschen. Aber aktuell wasche ich die halt einmal komplett. Heißt Shampoo-Spülung mit den ganzen Haaren, das Ganze, was ich euch gerade erzählt habe. Das dauert ja halt schon immer nur seine Zeit. Und sonst teile ich mir meine Haare so ein bisschen ab. Also das Deckhaar von einem restlichen Haaren. Dann wasche ich halt nur so meine Oberkopfhaare. Und den Rest mache ich dann in so einem Dutt zusammen und spüle das dann aus. Und dann föhne ich und seile ich natürlich auch nur meine obere Partie. Und an Trockenshampoo geht natürlich kein Weg dran vorbei, ne? Also ich benutze natürlich auch Trockenshampoo, damit die immer so schön fluffig und frisch zwischendurch aussehen. Und es gibt ja auch Frisuren wie ein Dutt oder wie ein Zopf oder so. Kann man dann halt auch machen, so den Tag bevor man die Haare dann halt wäscht. Und was mir halt wirklich am meisten geholfen hat, dass meine Haare wieder so schön gesund geworden sind, ist halt wirklich dieses Haarmaske vor dem Waschen und auch eine Haarmaske nach dem Schamponieren und dann halt eben den Conditioner. Und da halt so drauf zu achten, nicht zu oft irgendwie Hitze. Und das hatte ich auch halt früher immer so gemacht, wenn man die Haare glättet, dann habe ich mal so richtig fest zusammengedrückt. Aber man muss das Glätteisen überhaupt nicht fest zusammendrücken. Probiert das mal aus. Es reicht, wenn man das so ja ganz leicht zusammen hat und dann durch die Haare geht. Na am besten noch mit so einer Rundbürste und das reicht dann schon völlig. Oder wenn man Locken macht, so ich habe jetzt hier ganz leichte Wellen drin, dann einfach die Spitzen immer rauslassen. Das finde ich sieht einmal schöner irgendwie aus, so ein bisschen natürlicher. Und es strapaziert dann halt die Spitzen nicht mehr. Meine Haare wollen nicht halten. Die sind so fluffig. Meine Spitzen nicht mehr so doll, ne? Die sind ja sowieso immer am trockensten. Genau, in der Infobox habe ich einen Rabattcode von mir mit MI für euch bekommen. Da bekommt ihr 40% ab zwei Produkten. Packe ich euch einfach in die Infobox, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr die Sachen auch mal testen wollt. Ich finde, es ist immer super wichtig, dass man vielleicht auch mal selber was testet, um sich ein Bild davon zu machen. Ansonsten hoffe ich, dass euch vielleicht meine Tipps auch schon weitergeholfen haben und euch das Video einfach gefallen hat. Ihr könnt mir ja gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja noch einen Tipp für uns alle, dass wir schöne, gesunde Haare haben. Und dann war es das jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir auf jeden Fall gerne, wenn das so war, glaube ich, nach oben da. Abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ihr könnt auch gerne auf Instagram vorbeischauen oder mir auf Instagram eine Nachricht schreiben, wenn euch das lieber ist als hier in den Kommentaren. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.